Quereinsteiger haben wirklich zwei große Vorteile gegenüber normalen Berufseinsteigern und die kannst du super geschickt für den ersten Job einsetzen. Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und im heutigen Video möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, wie man als Quereinsteiger in die Softwareentwicklung kommt, also wie man Softwareentwickler wird. Das kam relativ häufig in den Kommentaren vor, dass jemand danach gefragt hat oder auch mehr als jemand. Sehr viele jemanden, deswegen fasse ich das in diesem Video einfach mal ein bisschen zusammen. Fangen wir erst dann damit an, was ein Quereinsteiger ist. Ein Quereinsteiger ist jemand, der bereits eine Ausbildung oder ein Studium hinter sich hat und auch einige Jahre im Job gearbeitet hat. Einige sind so drei, vier oder mehr Jahre. Trifft es nicht auf die Person zu, dann ist sie im Regelfall ein normaler Berufseinsteiger und kein Quereinsteiger. Der Vorteil, den aus meiner Sicht Quereinsteiger wirklich haben, ist, dass sie schon mal diese Menschenskills haben. Also dadurch, dass sie schon mal eine Weile gearbeitet haben, wissen sie, wie das in der echten Welt funktioniert, dass viel mit Menschen kommuniziert werden muss und müssen das nicht im Gegensatz zu Berufeinsteigern neu lernen. Das andere, was wirklich gut ist, dass sie bereits eine Branche kennen. Das heißt, in der Branche, in der sie gearbeitet haben, da konnten sie schon Dinge im Detail kennenlernen. Das kann man gut nachnutzen. Komme ich später im Video noch drauf. Und das Dritte ist, dass Quereinsteiger natürlich auch schon ein kleines Netzwerk haben aus Personen aus dem vorherigen Job oder von Personen aus dem vorherigen Job. Und das kann man auch wiederum, komme ich auch gleich später zu, gut nachnutzen, gerade wenn man Arbeitgeber sucht. Was häufig fehlt bei Quereinsteigern ist, wie die realistische Einschätzung vom Job. Es gibt da so dieses Klischee, was so rumgeht, dass das Softwareentwickler, also mit dem Hoodie und Kopfhörern, da die ganze Zeit im halbdunklen Raum sitzen und vor sich hin coden. Und wenn sie nicht coden, dann essen sie Pizza oder trinken sie Energydrinks. Und dazu sind sie noch fürchterlich übergewichtig und haben entweder ein Bart oder sind sonst irgendwie mit ganz langen Haaren gesegnet. Das ist definitiv nicht so. Also das ist seit Ewigkeiten schon vorbei. Das Umfeld ist total divers. Es gibt zwar mehr Männer als Frauen und auch mehr Männer und Frauen als Non-Binäre oder Trans-Personen, aber es ist total durchmischt grundsätzlich. Du hast auch gut gekleidete und schlecht gekleidete Entwickler. Du hast auch sich gut ernährende und schlecht ernährende Entwickler. Und du hast extrem sportliche und extrem unsportliche Entwickler. Da ist wirklich alles inzwischen da, weil so viele Leute Softwareentwickler sind. Und das ist eigentlich auch sehr gut. Das macht es ein bisschen spannender und es bringt der Branche auch mehr Input rein. Softwareentwicklung ist auch etwas von Menschen für Menschen. Am Ende des Tages, das was wir coden, das was wir bauen, ist natürlich, dass Menschen das nachnutzen können. Deswegen ist es immer gut, wenn man schon ein bisschen Menschenskills hat und wenn man das auch weiß, dass man das braucht. Wenn ich meinen eigenen Job zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist reden, coden, wieder reden. Und das wird dir dann auch im Job so in der Form immer wieder passieren, dass du immer kommunizieren musst. Wenn du das genau im Detail haben willst, wie das eigentlich alles läuft mit dem Softwareentwicklerleben, dann kannst du dir mein allererstes Video anschauen. Das ist ein bisschen peinlich, aber es ist inhaltlich immer noch ganz gut. Und dann hast du wie mal ein Gefühl dafür, was man eigentlich tut in dem Job, auch was Bezahlung ist, wo man arbeiten kann. Als ganz anderes Thema spare ich mir hier im knapp 30 Minuten Video. Die nächste Frage, die sich dann sicherlich stellt, ist, welche Art von Fortbildung man machen sollte, um nachher als Softwareentwickler arbeiten zu können. Und ich fange gleich erst mal mit der Warnung an. Es gibt keinen Vier-Wochen-Kurs, der dir alle Skills für einen Softwareentwickler beibringen wird. Es gibt Leute da draußen, die verkaufen dir quasi Träume, die verkaufen dir die super Abkürzung, damit du Softwareentwickler wirst. Und das tun sie dann wirklich im Sinne von Verkaufen. Die haben dann zufällig auch gleich einen Kurs, den du kaufen kannst. Mach das nicht. Wenn du Softwareentwickler werden willst und das solide auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus, weil wir müssen ja alle bis Mitte 60 oder wer weiß wie lange arbeiten, dann brauchst du was, was fundiert ist und was du auch nochmal nachnutzen kannst in 10, 15 oder 20 Jahren. Dementsprechend entweder eine Umschulung zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Das kannst du berufsbegleitend machen, gegebenenfalls. Es gibt auch Programme, die das Jobcenter bzw. das Arbeitsamt unterstützt oder ganz klassisch tatsächlich ein Studium, Informatik, je nachdem mit welchem Schwerpunkt kann man sich dann aussuchen. Und es ist dann im Regelfall ja auch ein Fernstudium. Wenn du bereits ein Studium hast, dann kannst du auch ein Master andocken, Master für Software Engineering. Und dann muss man quasi sehr, sehr persönlich schauen. Es ist eine sehr subjektive Geschichte, wie deine Vorgeschichte ist. Aber grundsätzlich, Ausbildung oder Studium sind die soliden super Wege und einfach nochmal eine Zahl reinschmeißen. Laut der letzten Softwareentwicklerumfrage von Stack Overflow haben über 70 Prozent der Softwareentwickler, die das hauptberuflich machen, einen akademischen Abschluss. Einfach, dass du ein Gefühl hast, dass es nicht mehr das Übliche ist, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren war, dass man irgendwie da reingerutscht ist, weil man drei Zahlen programmieren konnte, sondern im Regelfall ist eine fundierte Ausbildung oder ein Studium dahinter. Also jetzt hast du dich dafür entschieden, dass du eine Ausbildung und Studium machen willst. Wie findest du jetzt den richtigen Arbeitgeber und welchen Arbeitgeber schnappst du dir? Ideal aus meiner Sicht sind Arbeitgeber aus dem Mittelstand, aber auch aus dem öffentlichen Dienst und Verwaltung oder Konzerne, die Werkstudenten suchen. Und ich würde, bevor du dich entscheidest, wo du nur Ausbildung machst oder wo du das Studium anfangst, schon mal anfangen, bei diesen Unternehmen zu schauen. Und jetzt kommt genau der Teil, den ich am Anfang gesagt habe. Quereinsteiger haben wirklich zwei große Vorteile gegenüber normalen Berufseinsteigern und die kannst du super geschickt für den ersten Job einsetzen. Nämlich A, du hast Erfahrung in der Branche und B, du hast bereits Kontakte. Und das hilft wahnsinnig gut. Wenn du Erfahrung in einer Branche hast, dann hast du ja auch Arbeitgeber, die du kennst in dem Bereich. Das heißt, du kannst gucken, werden in dem Bereich, in dieser Branche vielleicht direkt Softwareentwickler gesucht? Kann man da sich mal gleich umschauen? Kann man da mal ein bisschen die Fühle ausstrecken? Gibt es da jemanden? Das Nächste ist, es gibt auch Branchenlösungen. Also es gibt Softwareunternehmen, die sich vielleicht für deine Branche explizit auf Softwarelösungen spezialisiert haben. Da kannst du als nächstes hinschauen, weil du bringst das Branchenwissen mit. Sehr häufig sind Entwicklerbuden von reinen Entwicklern ohne Branchenexpertise besetzt. Und dann bist du quasi derjenige, der die Branchenexpertise noch dazu bringen kann. Die dritte Ebene sind dann Consultants für die Branche bzw. für Software für die Branche. Auch da kann man schauen. Also es gibt ja schon mal so ein ganz gutes, eingrenzendes Feld, wo du sagen kannst, das wären mögliche Arbeitgeber. Und natürlich dann auch die Kontakte nutzen. Wenn du Leute aus dem bisherigen Job kennst, dann nutze das. Frag nach. Sag, du möchtest quasi eine Umschulung machen oder du möchtest ein Studium machen in dem Bereich. Kennt ihr jemanden, der da was sucht? Dann würde ich auch ganz offen direkt immer fragen. Ich würde auch bei potenziellen Arbeitgebern wirklich fragen, ob du vielleicht Teilzeit dort arbeiten kannst, während du das Studium machst. Und bei einer Ausbildung sowieso, dann brauchst du ja einen Ausbildungsbetrieb. Und wirklich fragen, fragen, fragen. Also keine Hemmungen haben an dem Punkt, weil es geht eben um deine Zukunft. Dementsprechend mehr als dass sie nicht antworten, kann dir nicht passieren. Du musst einfach versuchen, wirklich den bestmöglichen Arbeitgeber dann für dich da selbst rauszufinden. Denn das ist total subjektiv. Für jeden ist es ein bisschen anders. Es tut mir leid, dass ich das hier nicht so super vertiefen kann. Aber dann würde das Video wahrscheinlich 40 Minuten lang werden. Wirklich fragen, fragen, fragen. Und nutze deine Branchenkenntnisse als erstes, bevor du anfängst, einfach nur durch irgendwelche Jobbörsen durchzublättern. Und versuchst, irgendwas zu finden. In diesem Zusammenhang würde ich gerne, dass du mir einen Daumen nach oben dalässt. Weil ich habe jetzt recht viel Zeit und recht viel Energie in das Video investiert. Und es motiviert mich für neue Videos, wenn du den für mich dalässt. Dankeschön. So, jetzt kommt das große Thema. Programmieren. Das wird eigentlich sehr häufig vorangestellt, dass alle das Gefühl haben, Softwareentwicklung ist nur Programmieren. Grundsätzlich ist es so, dass keiner von dir erwartet, dass wenn du anfängst mit der Ausbildung oder anfängst mit dem Studium, dass du ein guter Programmierer bist. Überhaupt nicht. Die Ausbildung oder das Studium sind dafür da, dass du diese Skills aufbaust. Ich hatte in anderen Videos schon darüber gesprochen, dass das nicht immer optimal funktioniert. Deswegen solltest du dir grundsätzlich nebenher während der Ausbildung oder während des Studiums etwas suchen, wo du deine Coding Skills aufbaust. Ich würde sagen, minimum 5 Stunden die Woche, maximal 15 Stunden. Man muss auch noch schlafen und Zeit für andere Dinge haben. So, das wäre das Ziel, was ich machen würde. Und nach allem, was ich für mich herausgesucht habe, würde ich dir tatsächlich Code Academy empfehlen. Und zwar die Pro Student Version. Die hat alle Skills und Career Paths, die du dir quasi wünschen kannst, die auch momentan gefragt sind. Du kannst sehr gut mit anderen Entwicklern in Kontakt treten, Forum, Discord und so weiter und so fort. Es ist halbwegs anerkannt bei Arbeitgebern. Also zumindest sagt man, ah, hat man schon mal gehört. Und es ist tatsächlich, wenn du als Student ankommst, beziehungsweise als Auszubildender, für 150 Dollar im Jahr eigentlich ein relativ guter Deal. Wir haben wirklich unendlich viele Kurse didaktisch gut aufgebaut. Kann ich dir empfehlen, wenn du Programmieren nebenbei lernen willst. Denn grundsätzlich solltest du tatsächlich durch die Ausbildung und das Studium noch ein gutes Programmierfundament haben. Wenn wir bei Fundament sind, ist eines, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ein Thema, das sind die Grundskills. Programmieren ist wirklich nicht alles im Job. Wenn du Menschenskills hast, super, eben Quereinsteiger. Wenn du dann noch bei deiner Ausbildung, bei deinem Studium diese Grundskills, die du in den Lehrbüchern nimmst, wenn du die dir wirklich zu Herzen nimmst, also kein Bulimie lernen, sondern wirklich das, was da drin steht, versuchen zu verstehen. Wie funktioniert das mit der Hardware? Wie funktioniert das mit der Software? Warum ist Programmierung so aufgebaut, wie es aufgebaut ist? Diese Grundskills sind total wichtig mitzunehmen und auch wirklich lies es nicht und vergiss es, sondern wenn du ein Quereinsteiger bist, hast du die Chance, eben den Fehler nicht zu machen, dass wenn Berufseinsteiger damit anfangen, das Gefühl haben, das brauche ich eh nicht. Doch, du brauchst es. Du brauchst es nach einer Weile. Deswegen lern die Grundskills, die dir in den Lehrbüchern über den Weg laufen. Du wirst sie relativ schnell wieder einsetzen können. Der andere Teil, diese ganzen Softskills, die sollten dir leichter fallen als nicht mehr reiner Berufseinsteiger. Aber trotzdem, ich habe nochmal ein Video dazu gemacht, kannst du reinschauen. So mit den üblichen Softskills, die dich quasi als Softwareentwickler erwarten. Der nächste Schritt ist etwas, was auch nicht hart genug kommuniziert wird. Wenn du Softwareentwickler bist, dann ist Lernen deine Lebensaufgabe. Weiterlernen und Marktbeobachtung gehört wirklich dazu. Das ist Teil des Jobs. Das ist so ähnlich wie Anwälte, die sich immer und immer wieder fortbilden müssen oder Ärzte, die sich immer und immer wieder fortbilden müssen. Unser Job ist es, am Ball zu bleiben. Nächste Sprache, die nächste Technologie rechtzeitig zu lernen, rechtzeitig mitzunehmen und auch sich bewusst machen, dass die Skills, die man hat, einfach wirklich nur für eine bestimmte Zeit sind. Dass Technologien und Software-Sprachen bzw. Programmiersprachen verfallen können im Laufe der Zeit. Auch da habe ich ein separates Video dazu gemacht. Auch das verlinke ich hier nochmal. Das ist wirklich gut, wenn man das für sich im Kopf behält und auch weiß, dass man davor keine Angst haben braucht. Also Softwareentwicklung ist etwas, was von dauerhafter Veränderung lebt. Es sichert dir den Arbeitsplatz. Gleichzeitig pusht es dich natürlich auch immer wieder, Neues zu lernen. Aber auch wirklich sich klarzumachen, dass Technologie, Programmiersprache und die Plattform nur Mittel zum Zweck sind. Also keine emotionale Bindung aufbauen. Einfach weiterlernen, die nächste Sprache. Und wenn du in den nächsten Job kommst, auch da dran denken, keine zu feste Bindung zur Sprache oder zur Plattform. Das alles machst du am besten, indem du einen Plan machst. Da habe ich auch noch ein separates Video dazu gemacht, aber ich höre mal langsam auf mit den Querverweisen. Jährlichen Plan, den du aufstellst, was du neu lernen möchtest, wo du noch Lücken hast. Und dann sammelst du das alles zusammen. Und hab keine Angst, dass das zu viel ist. Es geht allen anderen Berufseinsteigern auch so. Es sieht aus wie ein riesiger Berg zum Erklimmen. Aber eben ein Superskill von Softwareentwicklern ist das, in kleine Scheibchen zu schneiden, Salamitechnik, und sich da lang zu hangeln. Genauso machst du das auch. Ganz zum Schluss noch das Thema Alter bzw. Altersdiskriminierung. Altersdiskriminierung ist in der Softwareentwicklung einfach ein Fakt. Und es ist aber auch ein Fakt allgemein in unserem Wirtschaftssystem. In den meisten Branchen beginnt das ja ab 50 oder spätestens Mitte 50, dass man schwerer bis gar keinen Fuß mehr in die Tür kriegt für Jobs. In der Softwareentwicklung kann das mit Ende 30, Anfang 40 tatsächlich schon auf dich einwirken. Und du merkst das, dass in den Unternehmen, dann häufig in den jeweiligen Abteilungen, kaum Leute mit grauen Haaren sitzen. Oder wenn du sie dann siehst, sind sie in der Regel ja dann Freelancer oder Konsulten von außen, weil die Unternehmen sie dann ja nicht anstellen müssen und die höheren Kosten zahlen müssen für ältere Mitarbeiter. Schützen ist ein bisschen tricky an dem Punkt, was ich anraten kann, wenn du merkst, dass es schwierig wird, einen Job zu kriegen und du eben in dieser Alterskororte bist. Dann schau ein bisschen über den Tellerrand, also über den Tellerrand der Städte hinaus. Außerhalb der Städte zu Mittelständern vor allen Dingen. Die sind immer dankbar, wenn sie gute Entwickler und auch generell gute Informatiker finden können. Und die achten auch nicht unbedingt auf das Alter. Ähnliches gilt für öffentliche Verwaltung und eben generell den ganzen öffentlichen Sektor. Auch da ist man wesentlich offener eingestellt gegenüber dem Thema Alter. So, das war es jetzt alles. Das ist das große Schlusswort sozusagen. Du hast jetzt einen Überblick über das, was du als Quereinsteiger in die Softwareentwicklung erwarten kannst, wie du es angehen kannst. Also wir haben ja quasi an den Job ein bisschen reingeschaut, dann so realistische Erwartungshaltungen, wie man dort reinkommt, eben Ausbildung oder Studium, wie man programmieren lernt. Das sollte man tatsächlich in der Ausbildung und im Studium lernen. Du kannst auch gleichzeitig nebenher noch programmieren lernen. Und du weißt, dass das Lernen dauerhaft ist. Ähnlich eben wie in anderen Berufen, wo man sich immer wieder neue Inhalte aneignen muss. Wir haben ganz kurz noch über Altersdiskriminierung gesprochen. Das soll dich nicht abschrecken, aber es soll ein bisschen einfach als Warnung dienen, dass es eben in diesem Bereich auch nicht anders ist als in allen anderen Branchen. Nur ein bisschen früher beginnt. So, bevor ich es vergesse, da hinten der Kaffeebecher, der immer nachgefragt wurde, den kann man jetzt auch bei YouTube käuflich erwerben. Es ist im Tab Shop, da kann man reingucken und dann kann man den Becher haben. Schmeckt alles besonders gut draus. Und damit belasse ich es und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, tschüss!